60 Jahre Dr. Who, Neuer stimmt auf Jubiläum ein Ein neuer Teaser zum 60-jährigen Jubiläum von Dr. Who ist erschienen. In dem genau einminütigen Video zum Special der BBC-Serie sind unter anderem David Tennant, 51, in der Rolle des Dr. Neil Patrick Harris, 49, als Bösewicht und Nkutigatva, 30, zu sehen, der die 15. Inkarnation des Zeitreisenden Mimen wird. Ein weiteres Comeback in der Serie feiert Catherine Deed, 53, die als Donnernoble wohl den Mittelpunkt des Geschehens bildet. In dem Trailer sagt Tennant, ich glaube nicht an Schicksal, aber wenn es existiert, dann kommt es auf Donnernoble zu. Und weiter, wenn sie sich an mich erinnert, dann wird sie sterben. Noble scheint sich aber nicht wirklich an ihn zu erinnern, sondern ahnt nur, dass sie etwas Wunderbares hatte, das nun weg ist. Zudem treten eine Menge insektenartige Aliens in dem kurzen Teaser auf, die sich mit Laserkanonen Feuergefechte in den Straßen von London liefern. Sie scheinen mit Neil Patrick Harris unter einer Decke zu stecken, der von einer Weltpremiere spricht und sagt, die Show hat gerade erst begonnen. Der Hau-I-Med-Juan-Motorstar tritt dabei als exzentrischer Selbstdarsteller mit langen goldenen Haaren oder mit schwarzem Hut und Anzug auf. Ganz zum Schluss ist dann Kutigatwa zu sehen, der fragt, kann mir jemand erklären? Was zur Hölle hier los ist? Der 30-Jährige trägt einen dünnen Oberlippenbart und eine lose dunkle Krawatte zu einem weißen Hemd. Seit dem 8. Mai ist offiziell, dass Kutigatwa als erster schwarzer Darsteller die Rolle des Timelords in der BBC-Serie Doctor Who übernimmt. Zuletzt gab es erste Bilder des Sex-Education-Stars in seiner neuen Montur auf Twitter. Auf den Fotos ist auch Millie Gidson, 18, zu sehen, die in der BBC-Serie seine Begleiterin Ruby Sunday mimen wird. Kutigatwa folgt auf Jodie Vitaka, 40, die die erste weibliche Doktorin spielte. Laut The Hollywood Reporter begannen die Dreharbeiten zur 14. Staffel im November 2022. Was eine Veröffentlichung in 2024 vermuten lässt. Einen ersten Vorgeschmack auf Gatwa als Zeitreisender bekommen die Fans aber wohl schon in der Jubiläums-Sondersendung. Für Tennant ist das Special nur ein kurzes Comeback, er hatte bereits die neunte Inkarnation der Serienfigur verkörpert.